Ein schöner Garten, Lieblingsplatz der gesamten Familie und leider auch der vieler Schädlinge. Der Dickmaulrüssler hinterlässt an vielen Zierpflanzen seinen typischen Buchtenfraß. Seine Larven fressen unterirdisch an den Wurzeln und bringen damit die Pflanzen zum Welken und Absterben. Hilfe gibt es in unserem Online-Shop Nematop – nützliche Fadenwürmer. Einfach online bestellen und per Post nach Hause liefern lassen. Nützliche Fadenwürmer, sogenannte Nematoden, sind natürliche Feinde des Dickmaulrüsslers und töten seine Larven. Zum Ausbringen der Fadenwürmer benötigen Sie einen Eimer und Rührstab, die Fadenwürmer, einen Messbecher und eine Gießkanne oder alternativ den Nema-Sprayer. In einem Eimer Wasser wird das Pulver mit den darin enthaltenen Fadenwürmern aufgelöst. Eine genaue Anleitung zum Anmischen und zu den Ausbringungsbedingungen befinden sich auf der Innenseite der Verpackung. Die Anmischung sorgfältig umrühren, damit sich die Fadenwürmer nicht absetzen. Ein Liter aus dem Eimer entnehmen und in eine Gießkanne mit 9 Liter Wasser füllen. Vor dem Ausbringen muss der Boden gut befeuchtet werden. Dann die Fadenwürmer mit der Gießkanne auf den feuchten Boden ausbringen. Noch bequemer geht's mit unserem Nema-Sprayer. Einfach die Mischung einfüllen, Sprayer an den Gartenschlauch anschließen und ausbringen. Nema-Top – biologischer geht's nicht. Lehen Sie sich entspannt zurück und lassen Sie die fleißigen Fadenwürmer Ihre Arbeit tun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017